Ja hallo, hier ist wieder Krauss von der 1. Generation. Gerade hat der Amazon-Boote dieses Paket hergebracht. Ein riesen Paket. Und das mache ich jetzt mal auf. Wo wollen wir das denn jetzt hier? Da ja. Zurück別ern Sie, die haben Sie. Die Alkakaon-Kakon. Die Alkakaon-Kakon. Sie haben die Alkakaon-Kakon. Sie möchten es nicht besser. Entstehen Sie noch. Das ist ja der Jetsär. ich weiß nicht, ich könnte das gut sehen, ich muss mal wenig machen ich muss mal wenig machen also, das ist also mein neues Lenkrad, ich hatte ja gesagt, ich will mir eine Simula zu kaufen, eine Curve Simula zu haben, also der hat hier schön von vielen Seiten, alles gut verpackt hier, das ist eine Originalverpackung ich schneide mir das jetzt hier ab hier wie machen wir das jetzt hier auf die letzte wird hier raus gezogen, hier ist die hier, das ist eine Nasche, die muss hier eingezogen werden, so jetzt habe ich das also okay, das ist eine Nasche, die steht hier drin, das muss man so auf okay, jetzt werden wir also den mal auf haben hier denkste, denkste noch eine Sicherung an der Seite haben wir noch eine Sicherung ja okay dann haben wir auch noch mal eine Sicherung wo kommt der so ganz überhaupt her hier glaube ich ne die 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 steht hier nicht, steht hier nicht. Also 180 Grad, total technisch steht hier. Dann hat er eine Pedale und eine USB-Clankchen. Dann haben wir jetzt hier Zimmer A, dann haben wir hier schon Platz 1, dann haben wir hier oben. Jetzt sind wir fertig mit Pedale. Dann haben wir hier noch Papieren. Dann haben wir hier noch zwei. Jetzt müssen wir hier aufgleichen. Wir brauchen hier die Bilder, die Videobeschichte. Wir haben noch wie einen halben Wald abgebaut. Die Zoffer sind nicht dabei. Was ist denn das für eine Strecke hier? Das ist aber kein USB. Das ist sogar eine Strecke. Aha, die hat sogar einen Widerstand. Könnt ihr das sehen? Ich hab den viel zu hoch eingestellt. So, das ist jetzt das Fiespedal. Und dann hat der hier so einen Stecker, so einen kleinen. Den passt aus wie so einen Netzstecker. Der wird wahrscheinlich dann da kommen. Dann gibt es jetzt hier so eine Mini-Bedienstanleitung. Dann kommen wir dann zur Tür. Das kann man auch in der Ecke kommen. Dann gehen wir dann zur Tür. Die die wie das Ding ist. Dann kommen wir in der Tür. Dann gehen wir das an. Den da. Dann gehen wir da. Ja, also Flussbrückteile an die Seite und sie sieht jetzt also von vorne aus, könnt ihr es sehen, halber rot sieht schnittlich aus. Da haben wir ein USB. Ja, ist nicht zu klein. Ich hätte schon befürchtet, dass der vielleicht zu klein ist, aber wie viele Zentimeter sind das hier? Von links nach rechts 26 Zentimeter ungefähr. Und ja, der Griff ist hier drin. Aha, was ist das? Die Brinkerei. Was haben wir da? RB, RT, RLB, LB, LT, RT, links T und rechts T und links B und links rechts B. Die Brinker vielleicht heißt Brinker, links Brinker. Was steht für T, LT, RT? Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch ein paar Postflüsse. Da haben wir noch ein bisschen Löffchen. Ja. Dann haben wir, da haben wir Start. Da haben wir die Moschus und da haben wir Beck. Also Start für den Fahrzeug vielleicht. Das ist ja hier quasi auch der ganze Eckkabin. Hier versteckt jetzt quasi dahinter. Kann man das rausziehen oder? Tja. Spielzeug. Für das habe ich noch nie gehabt. Was sagst du? Eine Schaltung. Y-Schaltung. Y-Schaltung. Es ist normalerweise immer hier, aber nicht da. Aber gut. Jetzt würde man sich vielleicht auf den Baumann nicht so weit weg greifen. Ja. Und ähm. Sie trug Pustal, sag ich mal. Stabil. Racing Wheel Black Orange. Was wird denn? Germany. Was wird denn? Germany. Spiegel in Germany. Ich dachte jetzt hier, das kommt aus China. Dann wird da vielleicht hergestellt. Aber ja, das ist ordentlich. Ohne hier. Das ist also nicht nur. Nicht nur so. Ja. Das ist kein Plastik. Ein billiger, glatter Plastik. Und beim Plastik-Eimer und so. Das ist so fast so eine Art. Lederimitation. Und ähm. Ja, die Saugknöpfe. Kann ich das mir jetzt hier so hinstellen. Von PC. So. So davor. Nicht aber knapp hier. Dann setze ich dann hier so davor. So. Oder wie. Und dann kann ich da auf den Bildschirm. Und dann sehen. Oder wie. Müsste ich vielleicht mal. Eine andere Kamera kaufen. Oder. Ich hab ja meine Action-Kamera. Könnte ich die Action-Kamera jetzt hier. Auf dem Kopf schrauben. Und dann könnte ich den Turnier lenken. Und dann sehe ich vielleicht das geschehen. Und dafür würde ich eher den Bildschirm. Schrauben. Ja. Okay. Ja. Hat das jetzt gekostet. Und das vielleicht hat. Ein teures. 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 Ahm reis. Haben wir viele Seiten. Oder wenig. Oder. Wie sehe ich denn. Die Gina Deutsch. Russisch haben wir. Französisch. Englisch. Deutsch haben wir da. Ist aber nicht viele. Und wieso habe ich keine Software dabei? Wieso habe ich keine Software? Die muss ich ja erst mal Internet holen. Oder wie? Wahrscheinlich. CTD wird es nicht dabei. Ja merkwürdig. Wieso habe ich keine? Die CD war zu teuer oder 54 Euro und da sagen die keine Geld für die CD oder wie? Oder sich schon wieder verhalten oder? Ja. Technical Support. Speed and Comp. Da sollte ich vielleicht mal drauf gehen. Speed and Comp. Technischer Support. Konformitätshinweis. Ja. Ok. Jetzt habe ich die Flugpedale. Die werden jetzt hier auch umgegangen geschnitten. Aber wo? Wo ist denn hier der Eingang hier dafür? Ach da hinten. Da kommt der hin. Da kommt der hin. Da kommt der hin. Das heißt ich möchte den dann da hinten rumführen. Hochführen das Kabel. Um das dann da reinzustecken. Das muss das hier in Knoten. Jo haben wir. Und dann haben wir das Kabel hier. Ist das lange genug? Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Und dann wird das dann da reinzusteckt. Da haben wir dann den Stecker. Ich hoffe das hier ja nicht. Dass die nicht ablassen. Ja. Passt. Passt. So schicker wie die Netzteil. Die Netzteil. Nur ein bisschen dünner. Dann muss ich das da hinten rüber und dann da rüber. Ja und wenn ich das hier drin habe. Dann ist aber. Wo tue ich denn das hin? Ich muss das irgendwie. Dann ist das hier die Netzteil irgendwie. Oder da. Oder da. Oder da oben drauf. Und dann hole ich das da runter. Oder wie. Durchspielen. Ja. Da oben drauf. Ja. Da oben drauf. Ja. Ja. Da oben drauf. Das heißt. Die Simulation. Schauten. Ist mein Wege. Dann können wir damit also simulieren. Okay. Leute. Das war also. Das Link hat. Ich brauche erstmal. Ehm. Ehm. Wie man das. Ehm. Wie man das. Also. Eingerichtet. Und zwar. So. Die. Direktion. Und so weiter. Und so weiter. Und dazu muss ich auf die Firma gehen. Auf die Seite. Okay. So weit. So gut. Okay. Leute. Das war's von hier. Ich sag mal. Macht's gut. Und tschüss. Morgen. Dann hab ich die ganzen Kartons wieder getrennt. Dann hab ich wieder ein extra. Okay. Leute. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Wenn man diesenretehenart bientar will, F咗schen oder F咗schen? Und tschüss.